In diesem Video geben wir dir einen Überblick über die Kanarische Insel Teneriffa. Von den drei Kanarischen Inseln, die wir bereist haben, war Teneriffa für uns die allerschönste, weil sie einfach extrem vielfältig ist. Und diese Vielfalt wirst du jetzt auch gleich sehen bei den Highlights. Ich blende gleich eine Karte ein, auf der ich alle Orte markiert habe, die wir besonders schön fanden und dann zeige ich genau, welche Orte wir da besichtigt haben. Hier seht ihr nun einen Überblick über die Insel Teneriffa. Markiert sind die sieben Punkte, die wir auf unserer Reise als besonders schön empfunden haben und die ihr auf keinen Fall verpassen solltet, wenn ihr nach Teneriffa reist. Die Insel eignet sich insgesamt sehr gut für eine Rundreise und auch dafür dann immer an unterschiedlichen Orten eine Unterkunft zu haben. So kann man auf jeden Fall in Ruhe alles besichtigen. Dann starte ich mal mit dem ersten Punkt im Norden der Insel und zwar mit dem Anaga Nationalpark. Das Anaga Gebirge ist eine Gebirgskette im Nordosten Teneriffas. Da es hier viel regnet, hat sich hier eine sehr grüne Landschaft gebildet. Es gibt einen dichten Wald, der zum großen Teil auch aus Lorbeer besteht und hier finden sich zahlreiche Wanderwege. Eine Straße führt über den Kamm des Gebirges und dort gehen dann immer vereinzelt wunderschöne Wanderwege in die grünen Wälder ab. Hier kann man sich wirklich viel Zeit auch einplanen, wenn man gerne wandert. Und das lohnt sich auf alle Fälle. Landschaftlich ist es einzigartig schön. Außerdem lohnt es sich auch, runter an die Küste zu fahren vom Anaga Nationalpark aus. Denn dort liegt auch schon der zweite Punkt, den ihr aus unserer Sicht auf keinen Fall verpassen solltet. Und zwar Rock de las Bodegas. Die atemberaubenden Steilküstenabschnitte hier sind ein wunderschönes Naturschauspiel und diese steilen und felsig abfallende Nordküste Teneriffas ist auch ein beliebtes Fotomotiv. Hier lohnt es sich, zum Beispiel einen Sonnenuntergang anzuschauen. Aber auch im Sommer kann man hier super baden gehen. Und wer erstmal auf den Geschmack gekommen ist von diesen schwarzen Sandstränden, der ist auch gut aufgehoben am Playa El Bolulo, den wir auch sehr empfehlen können. Der schwarze Sandstrand ist nicht sonderlich groß und man muss einen Weg, der über einige Treppenstufen führt, hinunterlaufen. Aber unten angekommen lohnt es sich auf alle Fälle. Es ist ein wirklich schöner Strand. Parken kann man oben an einem Restaurant für ein paar Euro. Und ja, wir haben uns da sehr wohl gefühlt und können diesen Strand sehr empfehlen. Das nächste Highlight, das man auf keinen Fall verpassen sollte und auch das bekannteste Highlight der Insel ist der Teide Nationalpark. Insbesondere der Pico del Teide, die höchste Erhebung der auf den Kanarischen Inseln, auf der Insel Teneriffa. Und dieser Nationalpark ist wirklich sehr, sehr schön. Es gibt hier tolle Straßen, die durch den Park führen, die auch ständig in der Landschaft wechseln. Zuerst durch grüne Tannenwälder und später dann durch Geröllwüsten in der Vulkanlandschaft. Es ist wirklich sehr beeindruckend und man kann auch immer wieder halten und hat tolle Ausblicke auch in die Ebene von Teneriffa. Außerdem ist es auch theoretisch möglich, auf den Teide eine Gipfelbesteigung zu machen. Dafür ist es aber notwendig, im Voraus eine Genehmigung einzuholen. Um die Genehmigung sollte man sich frühzeitig kümmern. Die ist oft bis zu 2 Minuten im Voraus ausgebucht, denn es dürfen täglich nur 200 Personen hoch zum Krater. Dabei ist es auch nicht von Bedeutung, ob ihr hoch wandert oder mit der Seilbahn hoch fahrt. In jedem Fall müsst ihr die Genehmigung vorzeigen. Aber auch so kann man einige Wanderungen hier im Gebiet machen und das lohnt sich auch auf alle Fälle. Bei klarer Sicht hat man auch Blick bis auf die Küste von Teneriffa. Ein weiteres Highlight der Insel sind die Los Gigantes. Es ist ein Ort im Westen von Teneriffa gelegen und besonders spektakulär sind hier die Felsen, die an dieser Stelle bis zu 450 Meter senkrecht ins Meer abfallen. Hier gibt es einen kleinen Strand, an den man gehen kann und von dem man einen tollen Blick auf diese Steilkante hat. Und ansonsten ist dieses Gebiet auch super, um Railwatching Touren zu machen. Das haben wir auch gemacht und können wir sehr empfehlen. Dabei haben wir insbesondere sehr viele Delfine gesehen und je nach Jahreszeit kann man hier eben auch Wale entdecken. Ein absolutes Highlight aus unserer Sicht ist das Teno-Gebirge im Nordwesten Teneriffas. Auch wenn es sich hier wieder um ein Gebirge handelt, unterscheidet es sich extrem vom Anaga-Gebirge und vom Teide-Nationalpark. Das Teno-Gebirge hat einen deutlich mediterraneren Flair, ist weniger bewaldet und hier wachsen viele Kakteen. Außerdem gibt es auch hier wieder unfassbar schöne Serpentinenstraßen, die über das Gebirge führen. Außerdem liegt in diesem Gebirge die wunderschöne Maskaschlucht. Auch das Teno-Gebirge ermöglicht wieder zahlreiche Wanderwege, auch Rundwanderwege, die mehrstündige Zeiten beanspruchen, sind hier möglich und lohnen sich auch auf alle Fälle. Immer wieder hat man unfassbar schöne Ausblicke, auch in die Ebene und bis an die Küste. Und eben dieser Flair mit den tollen Kakteen, die überall wachsen und den großen, massiven Bergen ist einfach atemberaubend schön. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wer den Ort Maska besuchen möchte und dann eine Wanderung durch die Maskaschlucht plant, sollte beachten, dass seit 2022 die Schlucht nur noch am Wochenende begehbar ist und zusätzlich die Anzahl der Besucher begrenzt wurde. Außerdem kann man nicht mehr am Strand, an dem man ankommt, vom Boot abgeholt werden, sodass man wieder zurücklaufen muss. Also eine Wanderung durch die Schlucht sollte gut geplant werden und nicht mehr einfach so möglich, wie das früher der Fall war. Es gehört zwar noch zum Tenogebirge dazu, ist für uns aber ein extra Highlight. Die Punta de Teno ist ein Kap im äußersten Nordwesten Teneriffas und bildet den westlichsten Punkt der Insel. Hier gibt es einen großen Leuchtturm, den man angucken kann und die Gegend hier ist einfach fantastisch schön. Sie bietet übrigens auch einen guten Einstieg, um von dort aus dann das gesamte Tenogebirge zu erkunden. Wer mit dem eigenen Autobus zum Leuchtturm fahren möchte, um ihn sich anzuschauen, sollte beachten, dass in den Sommermonaten es nur erlaubt ist, bis 10 Uhr morgens dort hinzufahren. Darauf weisen auch einige Schilder hin. Danach wird die Straße abgesperrt. Insofern lohnt es sich, früh aufzustehen, um sich den Punta de Teno anzuschauen. Und hier seht ihr nochmal einen Überblick über alle sieben Highlights auf der Insel Teneriffa, die uns besonders gut gefallen haben und in Erinnerung geblieben sind. Die Insel ist sehr vielfältig, das hatte ich zu Beginn schon gesagt und wir hoffen, dass euch das Video das auch zeigen konnte. Es gibt hier wirklich sowohl trockene, wüstenartige Regionen auf dem Telde, aber ansonsten auch extrem grüne Regionen und mediterranere Regionen. Außerdem gibt es wunderbare Küstenabschnitte, die zum Baden einladen oder auch einfach nur ein tolles Naturschauspiel bieten. So, das waren alle Orte, die du auf alle Fälle gesehen haben solltest, wenn du nach Teneriffa reist und dich hoffentlich auch überzeugt haben, dass Teneriffa eine Reise wert ist. Wenn du schon mal auf Teneriffa warst, schreib es gerne in die Kommentare und erzähle uns von deinen Lieblingsorten. Und falls du Fragen hast, auch die gerne in die Kommentare reinschreiben. Wir versuchen auf alles einzugehen und dann freue ich mich, wenn du beim nächsten Video wieder mit dabei bist. Bis zum nächsten Mal.